Es wäre ja absurd, wenn man von BIM sprechen würde und das würde am Schluss nicht funktionieren, oder? Also das ist mein Gedanke immer gewesen. Das wäre doch absurd. Servus, grüßt euch. Ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen. Der Grund ist dieses Event gewesen und über dieses Event möchte ich euch heute berichten, denn der erste All-in-One im Nemetschek-Haus in München war bombastisch. Wahrscheinlich aus meiner Sicht auf jeden Fall der beste Arbeitstag, seit ich arbeite. Für mich war es wirklich der tollste Tag im geschäftlichen Raum oder im geschäftlichen Sinne. Und ich möchte euch ein paar Einblicke zeigen, was da passiert ist. Ja, hier startet man schon in München und gleich zeige ich das Nemetschek-Haus so 30 Minuten vor Beginn, dass man ein bisschen einen Eindruck bekommt, dass sich da schon die Leute gesammelt haben. Und ihr wisst selber, die meisten kommen dann immer so 5 vor. Und ja, das war ungefähr 30 Minuten vor Beginn. Schon eine Menge Leute da. Hat riesen Spaß gemacht. Ich war wahrscheinlich noch drinnen im Saal. Hier sieht man auch den Saal. Und der wurde noch komplett voll. Und jetzt zeige ich ein paar Ausschnitte von den Vorträgen. Hauptsächlich hier in München, hier im Konrad-Zuse-Platz, im Nemetschek-Haus, im dritten Stock. Da haben wir auch die Schulungsräumlichkeiten oben. Wir sitzen in Nünnen schon im Haus. Besonders für Tragwerksplaner spannendes Produkt zum Kommentieren. Und auch zum Vergleichen von Plänen sollte eigentlich jedes Ingenieurbüro haben. Der Vorhang ist so cool, oder? Den habe ich ein paar Mal eingebaut, also Vorsicht. Das ist ein Plan. Unser Ziel als Zeichnen ist, am Ende einfach einen Plan zu erstellen, dass die Baufirma oder das Fertigteilwerk am Ende einen Plan hat und weiß, welches Einbauteil kommt denn wohin. Und damit man weiß, wie der Vorgang abläuft, eigentlich ganz einfach, 4 Schritte. Der erste Schritt ist, der Ingenieur, der bemisst da ein bisschen was, der macht das dann in eine Statik rein, die liest dann der Zeichner einfach und dann weiß er, aha, dieses Einbauteil kommt an diese Wand oder an diese Decke und dann zeichnet er das einfach übernimmt das Einbauteil und übergibt es den Plan. Und jeder ist glücklich, jetzt könnte man wirklich aufstehen, wenn die Schritte so einfach wären, dann wäre jetzt der Vortrag ab hier vorbei. Aber schauen wir uns mal eigentlich an, was der Zeichner für Anforderungen an ein Einbauteil hat. An dieser Stelle möchte ich aber noch sagen, dass PowerPoint überhaupt nicht auf CAD ausgerichtet ist. Die haben ja nicht mal einen Zeichner drin gehabt als Piktogramm. Das ist ja ein Maler hier drin. Der fungiert jetzt einfach als Zeichner. So ist es ja im Grunde. Und dieser Maler, der hat Anforderungen an das Einbauteil und diese Anforderungen möchte ich euch zeigen, das sind 5 Stück. Anforderung 1, er möchte irgendwie was Flexibles haben, wie so ein Schweizer Taschenmesser. Wenn er was präsentieren will, dann will er, dass er das voll geladen ist, dass es super ausschaut, ganz toll. Aber wenn es um die Planung geht, am Schluss ist das Einbauteil ja nichts anderes als ein kleiner roter Klecks auf dem Plan und nur Text dazu. Dann muss das Polygonsparen und Performance stark sein. Der muss das flexibel einsetzen können. Das ist eine Anforderung. Die nächste Anforderung ist der Farbanstrich, Layer, wie schaut das Ganze aus, die Darstellung. Jeder Trauerwerksplaner sollte aus meiner Sicht die Anforderung haben, dass jedes Einbauteil so ausschaut, als würde es von einer Firma erstellt worden sein und nicht von 10 verschiedenen. Und jeder macht da sein eigenes Ding. Nächste Anforderung, natürlich muss da irgendwie ein Text hin, am besten noch ein intelligenter Text, damit das Einbauteil auch weiß, hey, was bin ich denn immer. Und dann kommen wir zu dem Thema Daten. Daten sollten hinterlegt sein, hinter jedem Einbauteil. Dass wir wissen, welcher Hersteller, welcher Typ, welche Kategorie, wie werde ich denn ausgewertet, in Stück oder in Meter. Und dann natürlich, das Endprodukt ist dann das, was wir hier sehen, die herstellerübergreifende und einbauteilübergreifende Mengenliste. Das kommt dann am Schluss raus. Das braucht das Fertigteilwerk, das braucht die Baufirma. Und das ist eigentlich die Liste, die sollte doch automatisiert in BIM-Zeiten funktionieren. Es wäre ja absurd, wenn man von BIM sprechen würde und das würde am Schluss nicht funktionieren, oder? Also das ist mein Gedanke immer gewesen. Das wäre doch absurd. Ja, jetzt kommt ein coole Vorhang wieder. Jetzt schauen wir, wie es mit den IFC-Bibliotheken wirklich ausschaut. Wie ist denn der Workflow dafür? Wie gehen wir da eigentlich vor? Das sind sechs harte Schritte, die ich zehn Jahre lang erlebt habe und das war nicht schön. Wo wir jetzt sind, das geht nicht. Der hat das so drückgemacht, hat gesagt, es gibt ja auch Samstag und Überstunden. Und so war es wirklich. Da haben wir gewertet, da waren wir Wochen wieder da an Status Quo und dann waren wir genau am Bauabschnitt 6 und dann kommt der nächste André aus. Das war nämlich die Baufirma, die dann endlich in der Leistungsphase 5 festgestellt ist und hat gesagt, nein, nein, jeden Vortag ein bisschen was erleben, was ich dazu gedacht habe und was ich da gemacht habe. Applaus. Von mir alles Gute. Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Mein Name ist Nico Jüngel. Ich präsentiere hier die produzierende Firma Kallenberg Ingenieure. Und ja, viele werden uns vielleicht kennen oder auch nicht. Ich weiß nicht, wer uns kennt und auch nicht, wer uns nicht kennt. Insofern habe ich jetzt meinen Vortrag in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil wird sein, dass ich das, was wir produzieren, nämlich Los- und Festlager, präsentiere. Für noch eine Klonen, dann funktioniert das. Und einer, der YouTube-Peter, der hat gerade zu Hause mit mir im Büro und der soll ich das live zeigen, weil ich zeige das da nicht, wenn irgendwas abstürzt oder so. Nee, da bin ich viel zu aufgeregt. Das soll ich der André Peter zeigen. Und der Skype-Connector, der funktioniert jetzt weiterum, folgendermaßen, der funktioniert aber bloß, wenn die Leute klatschen. Das müsst ihr einfach mal... Applaus. Das hat der Herr Sprügel und Querkraft-Dorn und Trittschalentkopplung kombiniert. Und wir haben einen Querkraft-Dorn, der für dynamische Lasten vorgesehen ist, also im Schienenbau, Masse-Federsysteme kommt und Produkt zur Anwendung. Wir wollen uns... Wenn ich jetzt aber, wie in dem Bild hier dargestellt, so einen gewinkelten Verlauf der Fuge habe, dann ergibt sich eben... Der wäre schön, verdeutlicht, was die Probleme sind. Der Bauzeichner, deshalb kann ich den Schmerz, den uns der Peter eingangs mal versucht hat zu erklären, nachvollziehen. Und deshalb will ich einfach mal zeigen, wie das bisher bei uns so gelaufen ist. Wobei uns Anschluss, den sieht man hier relativ schön, ist unsere Eco-Box. Da gibt es verschiedene Typen dazu. Also der ganz klassische... Und von einem Planungsbüro, ich sehe relativ schön anhand der gelben Linien, wo die Kratplattenanschlüsse rein sollen. Es ist jetzt ein kleiner... Gut, dann darf ich Sie auch sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Gregor Diakama, der dann gleich den mittleren Teil übernimmt. Und eine meiner Lieblingspassagen, ich habe dann einfach alle Leute auf die Bühne geholt. Ihr seht das an der PowerPoint-Präsentation, wie ich das dargestellt habe, mit lauter Peter-Köpfen. Und es hat wirklich funktioniert. Jeder ist auf die Bühne rauf. Und die Präsentatoren, die Vorträger, Vortragshalter, die waren davor gestanden. Also ihr seht, was da auch für eine Masse da war. Also das schaut ja so geschichtet aus. Aber wenn die dann nach und nach da rauf gehen, sind halt einfach sauviel Leute, wenn da 80 Leute auf der Bühne stehen und nochmal 10 Leute davor stehen. Und dann nochmal so einen Daumen hoch. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Jetzt muss ich auch dazu sagen, dass das Bildmaterial von der Firma Max Frank stammt. Deswegen ist alles sehr rotlastig. Aber ich möchte natürlich trotzdem das Ganze zeigen, was hier stattgefunden hat. Und ja, es waren sehr viele Gespräche, sehr gutes Essen. Es war mega, mega lecker. Ich sage es euch. Das hat sich allein wegen dem Essen schon rendiert. Und hier sind die Kallenberg-Ingenieure. Hier haben wir wenigstens einen kurzen Ausblick, dass die auch da waren. Und hier bin ich am Diskutieren mit jemandem aus Ingolstadt. Ich habe ja selber auch in Ingolstadt gearbeitet. Und das war natürlich ein wichtiges Gespräch für mich. Denn ich glaube, wir waren wirklich ziemlich auf einer Wellenlänge. Also auch, was das ganze BIM-Thema zu tun hat und mit BIM-Washing teilweise. Und was funktioniert und was nicht funktioniert. Und also das war auch eines der coolsten Gespräche überhaupt, muss ich ehrlich sagen. Also eigentlich habe ich 100.000 Gespräche geführt. Und jetzt würde ich sagen, das war eins der besten. Die waren eigentlich alle genial. Da ist meine Frau. Die sortiert da gerade irgendwas. Ich glaube, die leckere Besteckin. Und schaut zu, wie ich da irgendwie meine Gespräche führe. Aber jetzt eine coole Szene. Jetzt wird gleich Sneaky in den Stift bekommen. Wollte ich mit reinnehmen. Hier die Lercher-Brüder. Super Leute. Und die Britta. Eine meiner liebsten Kundinnen. Mit der verstehe ich mich sehr gut. Würde ich mal sagen. Ja, und da gestikuliere ich gerade ein bisschen wieder. Und die Carmen rennt gerade durchs Bild. Auch einer meiner liebsten Kundinnen. Sag ich jetzt einmal so. Und dann geht die Britta wieder. Und da der Thomas Linder. Kennt eh jeder von LinkedIn. Logisch, dass der sich das nicht entgehen lässt, wenn er aus München kommt. Da noch der Michael Müller. Mein bester Freund eigentlich überhaupt im Arbeitsalltag. Ja, und man sieht halt ein paar Eindrücke. Jetzt immer natürlich auf den Blick von irgendwo auf den Max-Frank-Stand. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen, dass ich kein anderes Videomaterial habe. Und vor allem, später kommt noch eine Szene, wie man von oben filmt. Da sieht man eigentlich, dass es viel größer ist, als nur dieser kleine Eckpunkt. Und ja, genau. Ja, hier sehen wir jetzt wieder bloß einen Teilbereich. Aber da sieht man schon, da war eine Menge los. Das hat so viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf All-in-One 2. Und ja, ich freue mich auf All-in-One 2.